Naja, wenn alles gut geht, werden wir auch noch eine Runde mit dem Ding hier fahren, über den Hof, Alter. Das wird auf jeden Fall spannend. Bleibt dran, Leute, geht los! Ich mache auch gleich mal ein Film. Wir trinken erst mal Kaffee, jetzt machen Vergaser. Das geht gleich weiter. So, ich schluck es drüber, noch ein Stück fest. Kann man sich vorstellen, dass es immer einfach braucht? Guck her, wie es hier eigentlich gewirkt wird, mit dem Parkloos halt noch ein bisschen komplexer. Oh, so meinst du anzulassen? Also, wir wollen jetzt noch mal. Kino, weißt du nachts mal eigentlich, hast du schon mal gerade eingefangen, weißt du auch eigentlich? Stoß! Come on, jetzt gibt es euch einen neuen Teams in hier, jetzt gibt es noch mal Trabi Action, noch mal Trabi Zaun, also dranbleiben Leute! Also, eine kleine Schraube kann so viel brauchen, das ist nicht so gut, aber richtig! So, und jetzt Schnitt, und jetzt Schnitt, jetzt Schnitt, jetzt Unterbruch, so, alles machen, fartsch, alles! Oh! Hahaha! 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 Hahaha!